Da hat irgendjemand in einem Online-Multiplayer-Spiel verloren und hat den Menschen kaputt gemacht. Genau, wenn das Internet nicht funktioniert. Willst du mein Freundebuch schreiben? Ich würde gerne reinschreiben, ja. Okay. Warte. Okay, warte, ich schreibe kurz rein. So. Nein, der hat nicht mehr die ganze Zeit geklebt. Nein. Scheiße. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Slenderman, ich weiß. Ach so, ich dachte, ich juck dich also nicht. Den habe ich schon gesehen. Ja, oder als würdest du irgendeine rotten Frau das Kleid wegreißen. So wie letztes Wochenende. Ja. Ja. Komm her, Luda. Und da war ins Ohr lecken. Genauso. Oh mein Gott, ey. Sanity. When the morning, when the morning comes in a don't arise, Sanity. Wenn ein Ort gibt, gibt es keine Dots. Doch, natürlich. Es gibt doch den Geißen, aber auch keine Dots. Lara! 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 Komm raus! Oh Gott! Hä? Warte mal kurz. Ist das ein Bug? Ich habe Hunger. Oh nein. Soll ich Mozzarella-Sticks bestellen? Ja. Das finde ich gut. Nein, es waren Dots! Ich hatte doch abgebrochen. Ach, kacke. Es waren Dots. Es waren Jurai. Aber ich habe trotzdem 105 Dollar bekommen. Ich auch. Voll gut. Nochmal. Mein ganzer Chat hat mich gerade Dots gerufen. So, da ist auch wieder der Stößen. Ach ja, ist das schön hier in deinem Waggon. Oh mein Gott. Stößen. Oh mein Gott. Ich will einfach noch nicht sterben. Nu, komm. Nein, ich will nicht sterben. Ich habe zu viel investiert in diese Folge. Tür ist zu. Tür ist zu. Lauf, Simon. Lauf. Ich bin mit der Erklärung am Armhaushalt gegangen. Ich glaube, einer von euch ist gerade gestorben. Er ist nicht bei mir. Er ist mir tot. Okay, dann würde ich, also du hast gar kein Geld. Nein. Verdammt, wer bist du? Als Steuerberater, hör auf, solche Fragen zu stellen. Herr Kretschmer, warum haben sie nie Geld? Und die hören, wahrscheinlich sind eure Schritte in der Geisterwelt so massiv lautstark, richtig massiv verstärkt, richtig nervig. Und das kennt man, wenn man so einen extrem lauten Nachbarn hat, dann bringt man den irgendwann auch um. Das ist nicht alles schon mal passiert, das ist nichts Schlimmes. Ja. Habe ich den richtig platziert? Ich habe den aus Versehen dahin. Ja, ich finde das gut. Das sieht geil aus. Voll die Disco. Gib uns ein Zeichen. Ja, so richtig ordentliches Schlaflicht, wenn du willst, dass dein Kind nie schläft. Schreib in das Buch. Schreib in mein Fusieralbum. Du bist wie so eine Mutter, die krampfhaft will, dass ihr Sohn irgendwie die zweite Klasse schafft. Schreib in das Buch. Ich lege es dir hier hin. Schreib in das Buch, du Sack. Halloween. Halloween. Jetzt versuchst du es aber wirklich ganz plump. Easter Egg. Easter Egg. Oh, er hat geantwortet. Schreib in das Buch. Nicht in den Befehlston. Okay. Okay. Was ist das denn hier? Ist dein Siri angegangen? Ach, das ist so eine Fliegen. Gib uns ein Zeichen. Genau, deswegen ganz schnell ab in den Van. Oh, hast du gehört? Ja, deswegen ab in den Van. Da war was, hundertprozentig. Schnell ab in den Van. Wird aggressiv. Meiling war Geisterbuch. So. Obake klingt ein bisschen bayerisch. Der Obake. Obake. Da habe ich die Jungs, da habe ich die richtig reingelegt. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Obake. Wir gucken da jetzt einfach ein bisschen drauf. Es hört sich so an, als ob da ein Geist Kartoffelchips zu sich nimmt. Hey, da war was. Da ist was. Hast du gesehen? Oh, nice. Ja, es sind Dots. Geilo, es sind Dots. Es ist ein Gyros. Okay. Ein Gyros? Ich bin dir nicht böse, wenn du fährst. Aber nee, wir haben ja eh keine Gefrierung. Aber so können wir auch den Atem ermitteln. Das ist gut. Ah. War das von dir? Das war was, oder? Was? Das war ein lizenziertes Geistergeräusch. Hast du es gehört? Eine Tür. Ich habe eine Tür gehört. Du auch? Ich habe so ein... Gehört. So was. Oh, da ist eine Tür. Oder? Ich habe irgendwo eine Tür gehört. Simon? Du bist so ruhig. Ja, ich höre es. Ich weiß nicht wohin. Aber ich weiß auch nicht wohin. Geist, gib uns ein Zeichen. Was jetzt? Bist du? Bist du das? Nein. Ich dachte, du wirst gerade getötet. Entschuldigung, willst du mal kommen? Da kam Land mit. Die Pommes müssen auch raus. Geist, gib uns ein Zeichen. Er ist hier. Mit dir kann man das nicht spielen. Man weiß es einfach nicht. Gib uns dreimal ein Zeichen. Gib uns viermal ein Zeichen. Ja, ich verstehe. Hoffentlich ist Gnu noch am Leben. Wahrscheinlich ist sie jetzt drinnen und sucht mich und denkt, ich wäre schon längst. Gnu, ich bin draußen, falls du mich suchst. Nein, ich bin Simon. Der Simon ist ein Lieber. Das ist ein Kaya und eine Taschenlampe. Und die Taschenlampe ist im Kaya. EMF. Oh, da sind sogar Fingerdrücke im Arsch. Sag mal, wie viel von wie viel von drin ist. Okay. Was noch? Die ganze zwei. Was noch? Warte, weiter, weiter, weiter. Knicklicht eins. Kopfkamera zwei. Feuerzeug zwei. Bewegungssensor eins. Fotoapparat drei. Salz zwei. Warte, warte, warte. Fotoapparat fünf. Kerze fünf, sieben. Kruzifix. Ich habe acht Kruzifix. Warte, 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 warte. Mann! Warte, 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 warte. Ah, bei Kaufen, sorry, ich war bei Hinzufügen. Ich wollte was hinzufügen, was ich geschafft habe. So, jetzt. Ich spiele mir jetzt Nightmare, oder was? Nee, erst mal nur Profi. Nee, erst mal Profi. Auf einer Neu. Hau Ruhe jetzt. Far Cry 6 spielen wir, Leute. Mann. So schlecht. Du bist die Einzige, die sich erschrocken hat. Aus dem eigenen Geräusch. Geil. Hey, wir fetteln wir los. Ich fahre nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Wonderwall! 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 Wir werden sterben. Oh nein. Das ist nicht der erste Pisser. Wenn du deinen Pisser versuchst, aber du hast nicht gewonnen. im Ernst? Hast du alles gegessen? Aber warum? Nein, eins noch. Nein! Aber ich hätte es doch gebraucht. Aber ich hätte es doch gebraucht, Mann. Scheiße. Du Ego. Das sind keine Mozzarella-Sticks. Ey, ich bin Schurka-Mama, du verlierst kein Geld. Ja. Das sind keine Mozzarella-Sticks. Aber ich bin Schurka-Mama. Leben und Tod. Und mein Geld. Lass mich nicht allein. Wie du dich einfach vor mir verpiss hast. Gib mir ein Zeichen. Ich bin tot. Oh Gott, er hat gesagt. Ich kann nicht raus. Ich liest da gar nicht hier. Du bist so ein Arschloch. Du weißt, dass wir sterben, wenn du uns hörst. Mach das aus. Alter... Wir werden jetzt nicht sterben. Weißt du, uns schnotieren wir noch mal! Bis zum nächsten Mal.